zurück zu resident evil 7 wir haben die zwei zugangskarten und jetzt geht die party ab wir sehen schon im hintergrund unseren kleinen dieser check lukas dieser lukas ich check kann doch check jack ist der vater glaube ich das wird jetzt natürlich spannend weil wir haben ja das tape wir brauchen jetzt das tape dann wäre dann erst mal ein paar sachen hat weg mit ihr weg mit ihr ich habe eine party für dich ich würde als nächstes gern das tape einmal anmachen wo wäre denn der nächste computer oder fernseher wie man es auch immer nennen will wo ist das telefon da ne das ist ein buch hä da ist ein schütten mich schütten mich wieso soll ich dich abschießen bist du bescheuert wo ist denn das telefon da hinten wer ruft uns hier einfach an das telefon die beiden zugangskarten das ticket der party kam nicht das spät lass mich mit mir sprechen nein 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 du musst dich erst bieten lassen du hast doch nicht vergessen wo die party ist oder wo ist die ich höre tür als irgendjemand reinkommen will da ist die party die party ist jetzt offen ja aber wir wollen erst mal ein bisschen viel guckt ich bin wieder weg tschüss lass mich rein warum gibt es denn hier nirgends oma hey verwachst du immer noch das bett ja gute oma ja guck mal hä die knackt voll oh die ist voll verschwommen die kommt nach rechts aber nicht mehr so gut nach links kommt sie besser hallo die oma ist so süß die oma die oma tschüss oma ich geh wieder ich hab sie lieb ich brauche einen fernseher und ich hebe es mir auf gleich kommt bestimmt was hier raus und hochhaus fernseher 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 alles klar happy birthday oh yeah vielleicht krieg ich jetzt geschenke ich werde sie niemals mit euch teilen haha happy birthday experiment can't trespassing idiot self puzzles no i can't no ich möchte wieder aufhören mit dem video hallo ich will nur geschenke 2 juni 2017 heute ist aber nicht der 2. juni 2017 hallo hallo verdammter glitzpilz weißt du ich beleidigt was glaubst bin ich du diese freude kann man nicht das gesicht hallo hallo kerze kerze ich hab eine kerze und du nicht seil waschbecken hä geht jetzt lang hier hier kann ich den ballon abbrennen hä nö ähm hallo was ähm meine kerze sah aus wieso ich nenne das spiel ich will wirklich gerne endlich aus dem raum kommen und keine kräftlichen schlafvoll tot sterben ich weiß die kräfte provisorisch nimm eine kerze zünde sie an und stecke sie in die tot und depp dran zu lächeln ich hab schon ne kerze und depp die gewalt ist für dich hehehe happy birthday god und leid ja ich hab eins die kerze brennt nicht na 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 hä aufziehschlüssel äh ist das der schwarze glipper ich bin nicht mehr da hey cool was das hier boah voll verpixelt ähm blume da hängt der man und baby das ist doch hundertprozentig richtig hä hä ich kann es gar nicht auf x drücken dann war es wahrscheinlich falsch passt nicht ok ey denk an die kerze die geht doch kaputt äh jetzt können wir ganz andere sachen hier machen aufziehen schlüssel ähm coole musik du 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 ein finger fehlt hä warum fehlt ihm ein finger es kommt kein wasser heraus hä bläähhh äh 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 näh oh mein gott ich fasse dich nie wieder an äh ich kenne nicht ich kenne nicht ich kenne nicht hallo ich sehe nicht was bringt mein fenner wenn ich nix sehe von konnten wir noch kein feuer an machen ich habe eine kerze und niemand sieht es jetzt schlüssel kann ich dir nicht einfach aber wenn ich doch jetzt theoretisch das fernrohr benutzen das durchlaufen ist es sauber werden ich bin schlau ich bin schlau er hängt der frau komisches ding mit habe und baby das war es rätsel lösung die sie war das denn vor allem bin ich ja noch drüber gestolpert dann geht es ja für babys junge für babys scheiß ich habe es vergessen was das erste verhängte frau grab stein mit vogel und baby baby ja man was ist das ich bin das nicht ich will die ich bin doch in ruhe leck mich am arsch junge kerze brennt nicht okay passt nicht passt nicht die fütze ist mir grad etwas groß geworden was ist da drin ich frage mich was dort drin ist ich will die kerze eigentlich an machen mein gott oh shit ich ihm jetzt den finger gebe ähm ein hä ich will ich will was macht er da hä hä der malt ja irgendwas aber was malt er da passt nicht passt nicht passt nicht was versucht er uns zu malen hm was ist das da schrauben ich sehe hier so verschwommen als ob ich versoffen bin man aber cool dass wir das schon rausgefunden haben mehr oder weniger aus versehen na 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 nein na 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 hallo sterne das würde nichts nutzen hä das würde nichts nutzen warum nutzt das alles nichts hm was müssen wir noch machen hm hm die 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 jetzt macht voll spaß die 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 kann ich alle platzen lassen die 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 nicht so viele können ja gar nicht mehr hier sein ihr respond doch die 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 haben wir so abzuhauen der gesehen was soll das überbringen hallo der ball ballon ich wollte unfall ist die respawn ich kann gar nicht alle weg machen ich glaube dass die echte respawn immer hallo kann zum ballon nehmen mit dem ballon helium ist das nicht helium oder ist das gas oh shit im schritt fehler alter jetzt der puppen mann das ding stark in den eiern leute stark in den eiern da 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 einmal tränen dann zurück nein der hält mich fest oh shit der hat uns natur gegeben alter loser ich bin kein loser wie krank aber geil ich meine das ist krank aber das ist geil äh toll und die jetzt was machen wir jetzt nicht dadurch gehen nein 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 hier können wir nichts mehr ach so die brennende kerze jetzt in die da reinstecken wahrscheinlich hä wie soll man da durchkommen kann ich das wasser irgendwie ausdrehen oder was wenn ich das tun Da, da, da. Äh, nein. Nochmal ein Feuerchen machen. Wir spielen mit Feuer, mit Gas, und mit sonst irgendwelchen Sachen. Hä? Hier ist noch eine Tür. Hä? Hier ist zu. Ah, guck mal hier. Happy. Auf unserem Arm steht Loser. L-lu-lu- Sehr. Ich bin kein Loser, du Arschloch. Okay, hier kommen wir jetzt rein. Hä? Da ist eine Leiter. Hä? Hä? Hier ist eine Tür mit nichts. Hier. Ventilhandrad. Cool. Ah, okay. Jetzt an der einen Stelle, wo nie was gepasst hat, können wir jetzt wahrscheinlich... Ähm, wo war das? Ähm, wo war das? War das da drüben? War das nicht hier? Jetzt ist das Wasser? Einmal Methilhandrad. Jetzt ist das Wasser aus. Sehr schön. Jetzt will er hier noch eine brennende Kerze. Jetzt will er hier noch eine brennende Kerze. Leute, ich will die Kerze da nicht draufstecken. Nein, nein. Nein, Leute. Nein. Ich will sie hier nicht draufstecken. Nein. Lass mich doch in Ruhe. Oh, shit. Oh, shit, man. Ich glaube, wir jagen uns jetzt selbst in die Luft oder so. Guckt mal, hier ist alles neblig. Ich... Scheiße. Scheiße. Nein. Er jubelt. Nein. Shit. Das ist echt Öl gewesen. Lauf doch weg. Lauf doch weg. Da! Mach's da weg! Nein! Es geht nicht! Scheiße! Hier ist ne Wand! Hä? Wir sind auch hier die ganze Zeit lang gelaufen! Wo kommt diese Wand auf einmal daher? Hä? Äh, 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 happy birthday! Die auch happy birthday! Wie heftig war das denn? Leute, ich hab das Wasser-Ding so wieder ab und gemacht. Ich wollte, dass das Wasser wieder sprudelt. Aber, da war ne Wand auf einmal. Wo kommt diese Wand daher? Der kann ja nicht einfach so ne Wand gezimmert haben in 3 Sekunden. Hä? Das war's mit happy birthday! Wir speichern jetzt ab! Ich bin schockiert! Das war nicht gut, Freunde! Das war nicht gut! Und die Folge ist jetzt auch wieder länger. Also ich schätze jetzt, dass wir die letzten Folgen so um die halbe Stunde machen, weil... ...ohne DLCs haben wir vielleicht jetzt noch... ...8 Folgen. Wenn ich die halbe Stunde mache, ungefähr, hätten wir nur noch... ...8 Folgen. Ich mein, klar ist, ich hab mehr Folgen als andere, weil ich auch 12 Minuten-Patz drinne hatte. Sonst hätte ich auch vielleicht, ähm, 30-Patz-Spiel durchgespielt. Sag ich jetzt mal einfach. Vielleicht auch weniger. Mal schauen. Wir sind mehr tot als lebendig. Einmal heilen. Haben natürlich nix. Schön. Hoch, dann links. Abspeichern. Ist das hier hoch? Ne, ist nur dich runter. Ja, ja. Ah, okay. Hier rechts ist was, wo man Dietrich öffnen kann. Haben wir einen Dietrich dabei? Nö, natürlich nicht. Toll. Der Waschraum. Jetzt hier ist das Bad, gell Scheiße. Ich würde gerne abspeichern, bevor mich jemand angreift. Und ich würde gerne... ...die Tür da unten mit dem Dietrich öffnen. Geradeaus links. Achso, das ist da, wo man zum Dietrich wieder nur kommt. Bringt uns relativ wenig. Dann machen wir das mit dem... Offen, aber jetzt auch noch in dieser Folge. Bei der nächsten will ich dann... Äh... Spinne! Spinne! Scheiße! Alter! Noch eine Spinne! Uah! Speichern! Speichern! Diese Spinnenviecher laufen jetzt hier draußen rum. Was ist das denn? Das finde ich nicht fair. Was hier heute ist... Ähm, mein Ventilator war heute so heiß hier drinnen. Ich lasse ihn einfach laufen, weil... Ansonsten gehe ich hier ein. Ohne Witz. Hier ist so heiß drinnen. Ähm... Wir haben nichts zum Heilen. Wieso? Uns fehlt... Chemikalie. Hier haben wir was. Da ich jetzt die beiden Dietrich hier natürlich hab... ... hab ich kein Kraut mehr, toll. Jaa... Du weg! Das Tape kann dann jetzt auch wieder weg. Kurbel brauchen wir wohl auch nicht mehr. Gehen einen Dietrich. Nicht zwei, sondern einen Dietrich. Einmal heilen. Hey, sie sind echt weg. Hahaha. Oh? Gerade ist keiner da. Hey, das ist ja eine Abstellkammer. Ich glaube, ich hab die noch nie gesehen. Ähm... Nach links. Ich hoffe dann halt jetzt auch, dass da was Anständiges drin ist. Und im nächsten Part werden wir dann... ... zur Party gehen. Let's get the Party started. Flintenmuni! Yeah! Das war's für diesen Part. Wir sehen uns gleich wieder. Ciao!